Die Navajo, auch Navajo oder Dein genannt, sind mit rund 332.100 Stammesangehörigen das zweitgrößte der indianischen Völker in den Vereinigten Staaten. Vergleicht man sie mit anderen Stämmen, so stellen sie den größten Anteil bei der Zahl derer, die sich beim US-Zensus von 2010 ausschließlich mit einer einzigen Stammeszugehörigkeit identifizierten und nicht gleichzeitig noch mit anderen Stammesgruppierungen oder dort abgefragten Ethnien oder Zugehörigkeiten. Die Navajo leben verstreut im nordwestlichen New Mexico, im nordöstlichen Arizona, im südöstlichen Utah und in anderen Teilen der USA. Im Nordosten Arizonas liegt die Navajo-Nation Reservation, das bis nach New Mexico und Utah hineinreichende sowohl an Bevölkerungszahl gemessen als auch flächenmäßig größte Reservat der USA. In dem etwas mehr als die Hälfte aller Navajo leben, Namensherkunft, Dein ist ihr Eigenname und bedeutet Menschenvolk oder wörtlich basierend auf ihren Mythen unter der Erde hervorkommendes Volk. Sie nannten sich daher auch Nihukadane, nicht zu den Navajo gehörende Stämme und Fremde bezeichneten sie als Enai oder Anai. Die Bezeichnung Navajo stammt aus der Teva-Sprache. Navajo bezeichnet dort ein bestelltes Feld, weil die Navajo im Gegensatz zu den mit ihnen Verwandten, aber nomadisierenden Apachen ausgezeichnete Ackerbauern waren. Auch die Spanier nannten sie deshalb Apaches de Navajo. Ihre Sprache heißt ebenfalls Navajo und gehört zur Nahdäne-Sprachfamilie. Neben den eigentlichen Navajo spaltete sich ab ca. 1750 eine größere Gruppe von Familien ab, die südlich und östlich des eigentlichen Stammesgebiets in festen Siedlungen in der Nähe der Pueblo und Spanier lebten. Ackerbau betrieben sowie größtenteils das Christentum übernahmen. Was diese aber den Navajo endgültig entfremdete, war deren aktive Teilnahme als Scouts in Kriegszügen der Spanier gegen frei umherschweifende und unabhängige Navajo. Die Navajo bezeichneten sie daher als Deinenai oder Donanai. Die mit ihnen verwandten Apachen nannten die Navajo-Judaha und die Donanai-Nda-Judaha. Zudem entstanden aus entflohenen Navajo Sklaven aus Socorro, die sich in Alamo 35 Meilen nordwestlich von Magdalene ansiedelten. Die sogenannten Alamo-Navajo oder Puerto Cito-Navajo. Sie bildeten wahrscheinlich ursprünglich eine Gruppe der Deinenai und wurden allgemein Tsa-Daiolt genannt, da sie während des Kampfes angeblich so wütend wurden, so dass sie Steine kauten. Ihnen schlossen sich auch einige Familien der Chirica-Va und Mescalero an sowie einige Mexikaner. Später flohen einige Navajo vor der Verfolgung durch Kit Carson oder aus Fort Sumna, dem Mescalero-Reservat am Rio Pecos, und fanden bei den Puerto Cito-Navajo unter Schlupf, Wohngebiet. Das Navajo-Nation-Reservat und das von der Regierung zugewiesene Land im Südwesten der USA umfasst heute insgesamt mehr als 69.000 Quadratkilometer und ist teilweise eine Touristenattraktion. Am bekanntesten sind das Monument Valley und der Canyon de Shelly. Tausende Navajo verdienen sich ihr Einkommen als Arbeiter fern vom Navajo-Land. Und eine beträchtliche Zahl hat sich auf bewässertem Land am Colorado River und in Städten wie Los Angeles und Kansas City niedergelassen. Geschichte Wann die Navajo und die Apachen aus Kanada kommend in den Südwesten zogen ist ungeklärt. Wahrscheinlich war es zwischen 900 und 1000 n. chr. Dort im Norden leben die meisten anderen Atabas-gesprechenden Indianerstämme noch heute. Diese frühen Navajo waren vermutlich den heutigen Apachen ähnlicher als den heutigen Navajo, weil diese stark von den Pueblo-Indianern beeinflusst wurden. Kontakte der Navajo zu Pueblo-Indianern sind mindestens vom 17. Jahrhundert an belegt, als Flüchtlinge aus einigen Rio Grande Pueblos nach der spanischen Niederschlagung des Pueblo-Aufstands zu den Navajo kamen. Im 18. Jahrhundert verließen einige Hoppi wegen Dürre und Hungersnot ihre Mesas, um bei den Navajo zu leben, besonders im Canyon de Shelly im nordöstlichen Arizona. Unter diesem Pueblo-Einfluss wurde der Ackerbau zur wichtigsten Grundlage ihrer Subsistenz mit der gleichzeitigen Entwicklung von sesshafter Lebensweise. In historischer Zeit nach dem Kontakt mit Spaniern wurde der Ackerbau durch die Haltung von Schafen, Ziegen, Pferden und Rindern ergänzt, in manchen Gegenden sogar ganz damit ersetzt. Erstmals erwähnt wurden die Apache de Navajo in spanischen Berichten aus dem Jahre 1626 und damit von den Apachen unterschieden. Spanische und mexikanische Periode wie die Apachen überfielen auch die Navajo-Pueblos und spanische Ansiedlungen, um besonders Schafe und Pferde zu stehlen und so entwickelten sie eine neue Wirtschaftsform, die auf Feldbau, Viehhaltung und Beutemachen beruhte. Hinzu kam ab 1650 DK Sekunden Erbeuten und der Verkauf von Sklaven auf den Märkten in New Mexico durch die Navajo und verschiedene Plains Stämme. Besonders bevorzugte Opfer waren hierbei die Pony im Osten als auch die friedlichen südlichen Pejote im Norden. Die südlichen Pejote konnten durch ihre marginalen Lebensbedingungen fast keine Vorräte anlegen, sodass sie nur ausgezehrt und oft halb verhungert über den Winter kamen. Daher gingen die Navajo zusammen mit Apachen stets im Frühling auf Pejote Sklavenjagd, da diese dann besonders leichte und wehrlose Opfer waren. Oftmals mussten diese erstmals wieder mit Essen versorgt werden, damit sie gute Preise auf den Märkten erzielten. Da die Navajo zusätzliche Esser durch ihre breit aufgestellte Wirtschaftsbasis gut ernähren konnten und zudem für das Hüten der Schaf- und Pferdeherden sowie für die niedrigeren Arbeiten im Haushalt Helfer benötigten, hielten sich die Navajo oftmals Sklaven. Als die Spanier sich nach dem Pueblo-Aufstand von 1680 zunächst aus großen Teilen von New Mexico zurückzogen, ließen sie Teile ihrer Herden zurück. Diese Tiere, zusammen mit den bei Überfällen Erbeuteten, legten den Grundstock für die Großen wie Herden der Navajo. Schafe wurden zur Basis einer umfangreichen Tradition des Webens von Wollstoffen und insbesondere Decken. Als die Comanche mit ihren Verbündeten, den Ute im Osten und Norden von Dineta auftauchten, nahm der Druck von feindlichen Überfällen auf die nun wohlhabenden Navajo mit ihren Schafherden, Feldern, Pferdeherden sowie ihren begehrten Navajo-Decken enorm zu. Die Navajo mussten wegen der andauernden Überfälle der neu aufgetauchten Feinde sich immer weiter nach Westen zurückziehen und sich tief in den Canyons verstecken. Die Navajo bezeichneten bald die aus dem Osten und Norden auf schnellen Mustangs herbeiziehenden Feinde als N.A.I. Besonders die Ute sollten später zur Nemesis der Navajo werden. Zu den N.A.I. gesellten sich später die Chihuahua, Chihuahua-Apache sowie südliche Cheyenne und südliche Arapaho. Auch mit ihren atapaskischen Verwandten im Osten und Nordosten, den auf den Great Plains lebenden Bihai, Naesh-Gayli-Dani und Zetet-Sar-Chichi lebten die Navajo in offener Feindschaft. Nur zu den Jilgeyi und den Chichi unterhielten die Navajo meist ein freundschaftliches Verhältnis und waren oft deren Verbündete in gemeinsamen Raubzügen im Norden Mexikos. Obwohl die Navajo ihre Verwandtschaft zu den verschiedenen Apachenvölkern durchaus bewusst war, betrachteten sie diese selbst nicht als Navajo. Nach 1770 wurden ihrerseits die Navajo von den Spaniern blutig unterdrückt. Eine lange und bittere Periode territorialer Übergriffe und der Gefangennahme von indianischen Sklaven begann. Im Jahr 1786 die Spanier hatten gerade ein Bündnis mit den Ote, Comanchi und deren Verbündeten. Den Nordenis geschlossen wurden die Navajo gezwungen ihre Allianz mit den Apachen aufzugeben und zusammen mit den Spaniern gegen diese zu kämpfen. Sollten sich die Navajo weigern drohten die Comanchi damit diese auszulöschen. Besonders die östlichen Gruppen mussten unter dem Druck der vereinigten feindlichen Stämme gegen die Apachen kämpfen. Doch die westlichen Gruppen konnten sich zumeist in die Canyons zurückziehen und verstecken. Im Jahre 1804 griffen die Navajo die Nakai an und wurden am Canyon de Shelly blutig zurückgeschlagen. Ein dunkles Kapitel stellt die Versklavung vieler Navajo dar, die von Spaniern und Mexikanern betrieben wurde. Junge Indianer wurden gefangen und gezwungen unter unmenschlichen Bedingungen in mexikanischen Silberbockwerken zu arbeiten. Geschichte im 19. Jahrhundert als die Regierung der Vereinigten Staaten ein 1849 dicker Sekunden Territorium der Navajo annektierte, waren diese als eine Anzahl kriegerischer und angriffslustiger Gruppen gefürchtet. Viele Jahre lang versuchte die Regierung vergeblich den Beutezügen Einhalt zu gebieten, um amerikanischen und mexikanischen Farmern die Ansiedlung zu ermöglichen. Im Jahr 1851 wurde mit Fort Defiance der erste amerikanische Militärposten im Navajo-Land gegründet. Während des amerikanischen Bürgerkriegs wollte die Regierung in Washington, dass die Territorien von Arizona und New Mexico in der Union blieben. Damit sollten die Verkehrswege und Nachrichtenverbindungen von und nach Kalifornien offen bleiben. Deshalb mussten die Überfälle vor allem von Seiten der Mescalero und Navajo beendet werden. Die Mescalero wurden 1862 nach Fort Sumner oder Bosque Redondo am Pecos River umgesiedelt. Diesem Ort mangelte es an Brennholz, genießbarem Trinkwasser und gutem Ackerland. Im Sommer des Jahres 1863 wurde Oberst Christopher Carson vom Oberbefehlshaber General James Galton damit beauftragt, die Navajo ebenfalls in das neue Militär-Indianer-Reservat am Pecos River zu treiben. Das Militär schickte Unterhändler an einige Navajo-Gruppen und lokale Führer mit der Aufforderung zum Umzug nach Bosque Redondo. Andernfalls würde man sie dazu zwingen. Die meisten der weit verstreut lebenden Navajo hörten nie etwas von diesem Ultimatum und General Galton machte keinen Versuch, sie aufzuspüren. Stattdessen gab er an Kit Carson den Befehl aus, die wirtschaftlichen Grundlagen der Navajo zu zerstören. Carson zog mit 300 Soldaten, verstärkt durch Ute, Pueblo-Indianer und Freischeller aus New Mexico durch das Land der Navajo, und vernichtete Obstgärten, Maisvorräte, Hugens, Wasserlöcher und Weherden. Am 14. Januar 1864 begann der eigentliche Feldzug. Kit Carson ließ den Navajo die scheinbare Zuflucht, sich mit ihrer Hauptstreitmacht in den von ihnen für uneinnehmbar gehaltenen Canyon de Shelley zu flüchten. Aber auf den Rändern der Schlucht hatten die Amerikaner Kanonen in Stellung gebracht und die Navajo ergaben sich nach kurzem Gefecht. Am 23. Januar 1864 berichtete Kit Carson an General Galton, Ich habe versucht ihnen klarzumachen, dass Widerstand sinnlos ist. Sie sagten, sie hätten den Krieg nur deshalb begonnen, weil die Strategie der Ausrottung verkündet worden sei. Sie hätten schon lange vorher Frieden gemacht und ein Reservat akzeptiert, wenn sie gewusst hätten, dass man sie gerecht behandelt. Ich berichte, dass es auf ihrer Seite leider 23 Tote gegeben hat. Ich habe ihnen Fleisch gegeben und ihnen erlaubt, zu ihren Weidegründen zurückzukehren. Nur wenige Navajo entkamen unter der Führung des Häuptlings Manuelito. Die Lebensgrundlage war zerstört und im Februar 1864 sammelten sich über 8000 Navajo bei Fort Defiance, das jetzt Fort Canby hieß. Sie wurden auf den langen Marsch nach Bosque Redondo geschickt. Das Vorhaben endete in einer Katastrophe und kostete insgesamt etwa ein Viertel der Indianer das Leben. General William T. Sermon führte eine Untersuchungsdelegation und zeigte sich erschüttert über die Zustände. Am 1. Juni 1868 wurde ein Vertrag unterzeichnet, der den Navajo einen Teil der alten Heimat als Reservat zuteilte und die Rückkehr erlaubte. Geschichte im 20. Jahrhundert im frühen 20. Jahrhundert wurde das Reservat vergrößert und die Lebensbedingungen besserten sich. Für ihr handwerkliches Können als Weber- und Silberschmiede sind die Navajo berühmt. Sie erlebten eine Zeit relativen Wohlstands und die Zahl der Stammesangehörigen wuchs. Dadurch vergrößerte sich auch die Zahl der Wieherden, sodass das ökologisch anfällige Land überweidet wurde und die Bodenerosion überhandnahm. In den 1930er Jahren ordnete die US-Regierung eine Verkleinerung des Wiebestands an und ließ viele Tiere töten. Für die Navajo eine Katastrophe, als vor ihren Augen ihre Existenzgrundlage vernichtet wurde. Mit ihren Nachbarn, den Hopi, hatten die Navajo einen langen Streit um Land. Die Hopi, deren Pueblos auf den Mesers völlig vom Navajo-Reservat umschlossen sind, beschuldigten die Navajo jahrelang, wie und fällt Früchte gestohlen zu haben. Den Höhepunkt erreichten die Spannungen 1974, als der amerikanische Kongress ein Gesetz verabschiedete, das ein großes Stück Land zwischen den Stämmen neu aufteilte. Es hatte zur Folge, dass 11.000 Navajo und 100 Hopi ihre Häuser verlassen und in von der Regierung bereitgestellte Wohnungen umziehen mussten. Im Zweiten Weltkrieg arbeiteten relativ viele Navajo als Funker für das US-Militär im Pazifikkrieg gegen Japan. Als es den Japanern gelungen war, amerikanische Funk kurz zu entschlüsseln, wurde der Navajo-Code entwickelt, der im Wesentlichen aus der Sprache der Navajo bestand. Diese wurde nur um einige Kotwörter, die militärtechnische Dinge bezeichneten und für die es keine Navajo-Wörter gab, ergänzt. Als Windtokers bezeichnete Navajo wurden in allen Standorten des Pazifikkriegs eingesetzt und tauschten Nachrichten in ihrer Sprache aus. Dieser Funkverkehr konnte von den Japanern trotz aller Bemühungen bis zum Ende des Krieges nicht übersetzt werden. Ein Vorteil der außergewöhnlich, komplexen Sprache der Navajo. Die Windtoker erhielten vergleichsweise hohe Anerkennungen der US-Armee. Viele Details dieser Operation wurden jedoch wegen der Geheimhaltung erst Jahrzehnte später bekannt. Zum Andenken wurde der 14. August zum Nationalen Navajo-Code-Sprecher-Tag erklärt. Während des Kalten Krieges richtete die Sowjetunion an der Moskauer Lomonosov-Universität auch einen Sprachkurs in Navajo ein. Aktuelle Situation mit fast 300.000 Stammesangehörigen sind die Navajo heute der bevölkerungsreichste Stamm Nordamerikas. Die Nation wird seit 1923 von einem Stammsrat gebildet aus den Repräsentanten der 88 Siedlungen und einem direkt gewählten Vorsitzenden verwaltet. Sie hat Steuerhoheit wie ein amerikanischer Bundesstaat, eine eigene Polizei und eigene Gerichtsbarkeit. Das Durchschnittsalter der Navajo beträgt 18 Jahre und die Geburtenrate liegt bei 2,7%. Der Boden des Reservats ist reich an Rohstoffen wie Erdöl, Erdgas, Kohle, Holz und Uran, die zwar Geld einbringen, aber auch Probleme aufwerfen, wie die zunehmende Zerstörung der Umwelt, die Gefährdung der Gesundheit und von der US-Regierung angeordnete Zwangsumsiedlungen. Trotz aller Rohstoffe gibt es viel zu wenig verarbeitende Betriebe und keine eigene Dienstleistungswirtschaft. Die Arbeitslosenrate ist wie in den anderen Reservaten hoch, sie liegt bei 40%. Und die Armut ist bedrückend, obwohl die Navajo über das höchste Einkommen aller Indianerstämme in den USA verfügen. Das Dein College sowie das Center for Dein Teacher Education befinden sich heute in TSL AZ in der Nähe des Canyon de Shelley. Seit der Jahrtausendwende gibt es einen zunehmend Bewahrungsversuche der traditionellen Kultur, die sich in Sprachprogrammen, aber auch zunehmendem Interesse an Medizinmännern äußern. Junge Navajo sind inzwischen die Kinder der letzten Generation, die noch in die Boading Schools mit ihrem Ummerziehungsprogramm gingen. Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wurde das Aussterben der Navajo-Sprache zunehmend befürchtet. Während zum Ende des Zweiten Weltkrieges noch fast jeder Bewohner des Navajo-Reservates Navajo als Muttersprache gesprochen hatte, beherrschten 70 Jahre später nur noch wenige junge Navajo die Sprache ihrer Großeltern. 1998 sprachen noch 30% der Navajo bei Schulbeginn Navajo als Muttersprache, während dies 30 Jahre später noch für 10% der Navajo-Erstklässler zutraf. Im Reservat beginnt der Navajo-Sprachunterricht bereits in jungem Alter. An der im Jahr 2001 eröffneten Indien-Welts Elementary School lernen Drittklässler lesen, schreiben und sprechen auf Navajo. Der Schulzweckverband Holbrook Unified School District sieht es nach eigener Angabe als seine Aufgabe an, die Navajo-Sprache zu bewahren. Der Schulzweckverband Holbrook Unified School District sieht es nach eigener Angabe als die Navajo-Reservates. Der Schulzweckverband Holbrook Unified School District sieht es nach eigener Angabe als die Navajo-Reservates. Der Schulzweckverband Holbrook Unified School District sieht es nach eigener Angabe als die Navajo-Reservates.